Herzlich willkommen bei uns im Musikfachgeschäft Friebe. Uns gibt es seit 1883 und seit 1886 sind wir hier in der Sporgasse 21. Mit den CDs haben wir natürlich ein bisschen später angefangen, das war dann in den 60ern zuerst mit den Schallplatten und Kassetten und dann, wie die CD gekommen ist, kommen jetzt aber wieder zurück zu den Schallplatten. Das heißt, auch hier bieten wir ein breites Sortiment von der Klassik über Jazz, Rock, Bob, bis hin zur Weltmusik und zur echten Volksmusik, decken auch die Kinder ab mit Kinder-CDs und jetzt neu den Tonys und aufgrund der Nachfrage haben wir uns jetzt auch entschlossen, ein bisschen in die Richtung Musikinstrumente-Zubehör zu gehen. Wir haben Gitarren, Saiten, Blacktron, Fußschammerl für die Gitarre und so weiter und freuen uns, dass wir unseren Kunden ein breit gefächertes Sortiment bieten können. Musik Schande sie vorbei, wir freuen uns! Musik 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 Musik